Die Situation ist im Moment so, dass der Suizid bei den Jungen von 12 bis 24 die zweithöchsten Daudesursache ist. Von 2000 bis 2012 geöffnet 199 Suiziden bekam, nach einem zweiten Ziffer als wahrscheinlich Döbel oder dreimal so ist. Das Projekt der Prävention Suiziden besteht aus einem Journal der Prävention. Es beinhaltet drei Workshops, einen für Junker, einen für betroffenen Eltern und einen für Betreuer, die am sozialen Sektor schaffen. Als Ziel sind die Tabuisierung vom Thema Suizid, die Aufklärung an der Woche, den Leuten mal auf die WC gehen, was sie können machen, um die Leute in so einer Situation zu helfen. Ein anderer Volet von diesem Projekt war in einem Gruppegespräch mit Junkern, um das Thema zu enttabuisieren, zu analysieren, durchaus als eine Geschichte entstehen und ein fiktiver. Deshalb hat sie nun mal die Geschichte verfilmt, mit denen selbst Junkern. Wir sind alle zusammengekommen, um eine Geschichte zu kreieren. Dann haben wir ein bisschen entschieden, welches sind die Themen des Films, welches sein soll, was der Junge haben, um die Zeit zu finden. Dieser Film möchte auch gerne, so viel wie möglich, eine Art Leid bringen, sowohl auf dem Fernseher, sowohl im Kino, sowohl im Internet, dass der Message, der sie kann helfen, so weit wie möglich. Ich weiß jetzt besser, wie man reagiert auf diese Situation. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.